Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei T-Statech. Heute geht es um ein Philips Hue Produkt und zwar um das sogenannte Wandschalter-Modul oder aber auch auf Englisch heißt das einfach Wall Switch Module. Ich wollte euch das Ganze schon viel früher präsentieren, allerdings ist der sehr schwer zu bekommen. Der war eine ganze Zeit lang ausverkauft und auch jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben es jetzt Ende Juni, kann man den im Moment nur bei Philips Hue selber bestellen, also sprich bei Philips auf der Homepage. Amazon zum Beispiel führt den im Moment nicht, von daher, ich weiß nicht, ob er vergriffen ist oder ob Amazon den einfach nicht führt. Wie gesagt, ich konnte ihn im Moment überhaupt nur wieder bei Philips bestellen. Aber okay, was ist das Ganze in aller Kürze? Und zwar, es ist so, wenn ihr Philips Hue Benutzer seid, dann kennt ihr das, ihr wollt nicht nur eure Lampen über die Smartphone-App steuern, sondern vielleicht habt ihr euch schon diese anderen Wandschalter gekauft, die man an die Wand klebt und die dann auch wie so eine Fernbedienung funktionieren. Es gibt aber auch ein paar andere Möglichkeiten von Philips, wie man sozusagen seinen Lichtschalter ersetzen kann. Auf jeden Fall funktioniert der ganz normale Lichtschalter nicht mehr, weil wenn man dort die Lampe ausschaltet, hat man ja komplett die Lampe ohne Spannung, da liegt dann kein Strom mehr an und richtigerweise gesagt, da liegt keine Spannung mehr an. Und dann könnte man zum Beispiel per Alexa oder per App quasi die Lampen gar nicht mehr steuern. Das heißt, in der Regel ist es so, dass die Lichtschalter dann wegfallen. Und da kommt dieses Teil hier zum Tragen, welches hinter den Lichtschalter gebaut wird und somit den Lichtschalter wieder funktional macht, obwohl ich Philips Hue Leuchten, also intelligentes Licht, zu Hause nutze. Und wie das alles funktioniert und inklusive Einbauanleitung, das seht ihr alles in diesem Video. Also bleibt dran. Technik einfach erklärt. Viel Spaß bei T-Star Tech. An dieser Stelle erstmal ein ganz wichtiger Disclaimer. Es ist etwas tricky, dieses Stück Technik einzubauen. Und zwar muss man dafür an die Hauselektrik ran, sprich konkret hinter den Lichtschalter. Und dort sozusagen besteht natürlich eine erhöhte Gefahr eines Stromschlages, weil wenn man hier gewisse Dinge nicht beachtet, dann liegen dort sozusagen blanke Kabel bei der Installation, die einen schweren Stromschlag auslösen können, bei einem selbst, also 230 Volt Schlag. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sagt der Gesetzgeber, es ist nicht verboten, dass ihr das selber macht, aber es ist so, dass ihr das fachmännisch machen könnt, nach Normvorschriften, also machen müsst. Und das kann der Laie in der Regel nicht. Deswegen empfiehlt der Gesetzgeber, das durch eine Fachkraft machen zu lassen. Jetzt fragt ihr euch, ja, was mache ich das hier sozusagen? Ich habe eine Ausbildung in diesem Bereich. Das heißt, ich darf an Elektrik arbeiten. Ich bin darin auch geschult. Von daher, ich traue mir das zu, habe auch schon Hausinstallationsverdrahtung gemacht und so weiter. Ja, und ich baue das Video jetzt so auf, dass ich sage, ihr könnt das selber machen. Ich gebe euch dafür die Anleitung. Aber ganz klarer Disclaimer, bitte wendet euch normalerweise hier an eine Fachkraft. Und ich empfehle das quasi nicht selber zu machen, sondern haltet euch an die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften. Aber wenn ihr es machen wollt, nicht auf meine Verantwortung sozusagen. Ich habe euch gewarnt. Allerdings gebe ich euch in diesem Video trotzdem eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das sicher machen kann. So, ich hoffe, das ist angekommen. Nur, dass ihr das wisst. Was ist jetzt hier drin? Es ist sehr wenig drin, ehrlich gesagt. Das Ganze kostet 40 Euro und das Herzstück hier ist dieses Teil. Das ist das eigentliche Wandschalter-Modul. Dann habe ich hier noch zwei kleine dünne Adern und eine Vago-Klemme. Jetzt kann sich der Fachmann schon fragen, das sind hier sehr, sehr dünne Drähte. Wie kann das denn jetzt eigentlich funktionieren mit 230 Volt und mit Strom? Philips hat sich hier, ehrlich gesagt, ein sehr geniales Prinzip ausgedacht. Und zwar, mit der Vago-Klemme wird einfach die Lampe an der Decke über den Lichtschalter dauerhaft auf Plus gesetzt. Also unter Spannung gesetzt. Das heißt, würdet ihr eine normale Lampe da reindrehen, dann würdet ihr die ab dem Zeitpunkt, wo ihr das eingebaut habt, nie wieder auskriegen. Eine normale Lampe würde dann immer leuchten. Das macht das hier. Dass wir sozusagen sagen, da ist immer Spannung oben an der Lampenfassung. Und jetzt geht Philips her und sagt, uns interessiert quasi gar nicht mehr der Strom. Der ist einfach immer da. Und mit diesen dünnen Äderchen gehen wir jetzt an den Lichtschalter. Und wir nutzen einfach nur das Schaltsignal von dem Lichtschalter und schalten hiermit sozusagen unser Modul ein und aus. Jetzt kann sich wieder der Fachmann fragen, ja, aber wie ist das jetzt mit der Spannung sozusagen hiermit? Ganz clever, hier ist eine Batterie drin. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Ich finde es ein geniales Prinzip, muss ich sagen. Ich bin natürlich in der Praxis gespannt, dass man sozusagen diesen Weg geht. Der Nachteil ist, man muss alle paar Jahre diese Batterie halt mal wechseln. Philips hat angegeben, dass das bis zu zwei Jahre, also ich glaube sogar zwischen zwei und fünf Jahren halten kann, so um den Dreh. Was natürlich nicht schlimm wäre, wenn man dann alle fünf Jahre mal die Batterie hier wechselt und dafür den Lichtschalter wieder ausbaut. Das muss aber tatsächlich die Praxis dann ein bisschen zeigen. Nur so viel erst mal zum Prinzip. Gut, dann würde ich jetzt mit euch die Installation durchführen und wir gucken uns das mal Schritt für Schritt an, wie wir das sicher machen können. In der Elektrotechnik gibt es die sogenannten fünf Sicherheitsregeln. Diese sorgen dafür, dass man gefahrlos mit Elektrik umgehen kann. Als erstes hätten wir hier Freischalten, dann gegen Wiedereinschalten sichern und als drittes Spannungsfreiheit feststellen. Die vierte und fünfte Regel brauche ich euch hier gar nicht nennen, denn diese sind nicht nötig und gelten nur bei Spannung über 1000 Volt. Ich werde euch jetzt erklären, was diese Regeln in der Umsetzung für unser Projekt bedeuten. Freischalten bedeutet nichts anderes, als an der Leitung, wo man vorhat zu arbeiten, diese auf jeden Fall spannungslos zu schalten. Also der Laie würde sagen, den Strom abschalten. Das machen wir hier ganz einfach, indem wir die Sicherung für das entsprechende Zimmer komplett ausschalten. Die zweite Sicherheitsregel besagt, dass wir gegen Wiedereinschalten sichern sollen. Das lässt sich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Ich mache das jetzt hier mal demonstrativ einfach mit einem Zettel, wo drauf steht, nicht einschalten. Wichtig ist hier, dass man auf jeden Fall ein Datum und eine Uhrzeit vermerkt, damit jemand, der das liest, die Aktualität sozusagen begreift. Also sprich, dass es sich um heute und jetzt handelt. Idealerweise sollte so ein Zettel oder ein Schild, dafür gibt es auch spezielle Schilder, halt immer so hängen, dass man das entfernen müsste, bevor man sozusagen die Sicherung zum Beispiel wieder einschalten könnte. Die dritte Regel besagt, Spannungsfreiheit feststellen. Das bedeutet, dort wo gearbeitet wird, überprüft man jetzt nochmal sicherheitshalber, ob wirklich keine Spannung mehr anliegt. Also mit einem Messgerät und nicht mit irgendwelchen anderen Mitteln, sondern mit einem Messgerät einmal prüfen, ist noch Spannung vorhanden oder nicht. In diesem Fall messe ich das an der Steckdose und sehe, dass hier keine Spannung mehr ist. Ich muss dazu sagen, idealerweise misst man das genau an dem Ort, wo man arbeitet. Also besser ist noch am Lichtschalter selbst. Ich war hier aber selbst ganz sicher, dass Steckdose und Lichtschalter zusammen sind, sozusagen. Das weiß ich, aber nur, dass ihr das wisst. Richtigerweise wäre genau an der Stelle Messen, wo man auch arbeitet. So, nun können wir loslegen mit den Arbeiten. Dafür entfernen wir als erstes den Lichtschalter und schrauben diesen dann ab. Jetzt kürze ich hier noch ein bisschen mit einem Seitenschneider die Kabel, damit das auch auf jeden Fall in die Vago-Klemme passt. Das ist jetzt auch der nächste Schritt. Wir müssen diese Adern, in meinem Fall sind es drei, ich kann euch noch nicht mal genau erklären, warum das eigentlich drei sind. Bei euch sind es in der Regel wahrscheinlich nur zwei. Die müsst ihr jetzt mit der mitgelieferten Vago-Klemme verbinden. Das heißt, die müssen alle zusammengeführt werden. Dadurch liegt dann immer Spannung dauerhaft an eurer Deckenfassung. Hier warnt Philips übrigens auch, dass man das beachten muss. Man kann die Deckenfassung dann nicht mehr per Lichtschalter spannungslos schalten. Also wenn man da zum Beispiel mal eine Glühbirne wechselt oder sowas, auch die Sicherung dann rausdrehen oder ausschalten. Weil, wie gesagt, euer Lichtschalter wird hiermit quasi außer Kraft gesetzt. Es ist immer Spannung an der Deckenlampe. Bitte beachtet das. So, dann habe ich jetzt hier alles nochmal reingedrückt in die Mulde sozusagen von der Steckdose. Weil dahinter muss ja dann das Wandschalter-Modul von Philips passen. Deswegen habe ich das hier nochmal ordentlich reingequetscht. Als nächstes verbinden wir jetzt das Philips-Wandschalter-Modul mit dem Lichtschalter. Dafür nehmen wir das mitgelieferte Kabel und stecken die beiden Aderenden jetzt dort hinein, wo ihr quasi die Verkabelung hinter eurem Lichtschalter rausgezogen habt. Das wird jetzt quasi eins zu eins ersetzt. Wenn wir das soweit haben, brauchen wir jetzt nur noch den Stecker mit dem Wandschalter-Modul verbinden. Jetzt muss das Ganze noch eingerichtet werden über die App. Ihr seht hier, was man hier für nacheinander machen soll. Das ist sozusagen ziemlich gut von Philips wie immer eigentlich erklärt und hat bei mir auch gleich beim ersten Mal auf Anhieb ohne Probleme funktioniert. Man soll jetzt hier den Lichtschalter bedienen, hin und her schalten und dann wird er den jetzt gleich finden. So, jetzt hat er den gefunden und hinzugefügt. Jetzt kann ich sagen, ob das ein Kippschalter ist oder zwei und füge dem Ganzen jetzt noch einen Raum hinzu, so wie ihr das mit Zubehör allgemein von Philips gewohnt seid. So, jetzt testen wir das Ganze mal. Ich bin jetzt hier in den Lichteinstellungen in der App und wenn ich jetzt den Lichtschalter betätige, siehe da, es geht tatsächlich an und aus. Super. Funktioniert. So, jetzt können wir den Lichtschalter wieder einbauen. Hier ist es tatsächlich etwas fummelig. Also bei mir war relativ wenig Platz für das Woll-Modul. Ich musste da ganz schön drücken, ehrlich gesagt, und das ziehe mich dann mit den Schrauben etwas quetschen, sage ich mal. Aber das kann eigentlich alles dahinter sozusagen von der Elektrik her ab. Ja, am Ende habe ich es festgekriegt. Aber sei gesagt, es ist nicht viel Platz. So, jetzt noch das Gehäuse wieder zusammenbauen. Und nochmal ein abschließender Test. Sehr cool. Es funktioniert richtig gut. Ja, das war es jetzt mit dem Philips U Wall Switch. Und ich finde, die Installation hat eigentlich ganz gut funktioniert. Da ist jetzt nichts gewesen, was mich irgendwie überrascht hat oder wo ich sage, das hat nicht gut geklappt. Das Einzige, was ihr auch gesehen habt, ist eben, es könnte bei dem einen oder anderen, bei mir war es jetzt ja auch so, etwas eng werden hinter dem Lichtschalter quasi in der Dose, wo man dann halt noch dieses Modul unterbringen muss. Das ist tricky. Das heißt, das hätte eigentlich rein theoretisch gerne noch dünner sein können. Es ist ja nicht dick. Es ist wirklich schon gut gemacht. Aber es ist auch knapp. Also bei mir ist es jetzt auf jeden Fall mit Druck angezogen, sozusagen. Da ist ja auch ein bisschen Raum oder ein bisschen Möglichkeit auch zu drücken, weil die Kabel hinten etwas flexibel sind. Aber das ist eben alles knapp. Das muss man so ein bisschen bedenken. Muss man, glaube ich, aber auch ausprobieren. Ansonsten, ich habe es jetzt eben nochmal für mich so ein bisschen ausprobiert vom Workflow. Ist es schon eine echt coole Sache, weil ja, ein Lichtschalter dann doch einfach was Natürlicheres ist, irgendwie sich gut anfühlt. Und wenn man den jetzt wieder ganz normal benutzen kann und man muss niemandem sagen, bitte nicht den Lichtschalter verwenden, sondern das funktioniert hier anders. Fancy sozusagen, smart. Das ist halt irgendwie cool, wenn man einfach sagen kann, mach das Licht an, aus, wie du willst, ganz normal, wie immer. Also, es fällt einfach dann nicht mehr auf, dass man smarte Beleuchtung hat. Von daher, mir gefällt das Produkt. Es ist natürlich nicht ganz günstig. Also, das hier kostet 40 Euro. Es gibt dann noch einen Doppelpack, wo man zwei bekommt, glaube ich, für 70 Euro. Also, man spart dann 10 Euro, wenn man zwei Stück kauft. Ja, was noch gesagt werden sollte ist, das ist für einige interessant, man kann auch Doppelschalter benutzen, weil man hier ja zwei Kontakte hat. Das heißt, man könnte an einer Stelle zwei Schalter setzen und kann dadurch dann, ja, andere Möglichkeiten im Raum nutzen, die man vorher nicht konnte, weil man ja nur einen Lichtschalter dann vielleicht hatte. Und wenn man sich eine Doppelwippe reinsetzt, dann kann man auf einmal, weil die Lampen quasi immer unter Dauerspannung sind, kann man sich da zwei Lichtabschnitte bauen, sozusagen, im Raum oder vielleicht eine Außenbeleuchtung mitschalten oder irgendwie sowas. Also, diese Möglichkeiten bietet das Modul dann halt auch. Wenn ich euch helfen konnte und wenn euch das Video gefallen hat, dann wäre ich euch ganz dankbar, wenn ihr liked auf jeden Fall und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und kommentiert, fragt mich gerne alles Mögliche, was ihr vielleicht noch hier zu wissen wollt. Und zusätzlich kann es sein, guckt mal unten bei mir in die Beschreibung, dass ich derzeit einen Affiliate-Link habe. Dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Für euch kostet das nicht mehr und ihr könnt das Teil bei Amazon bestellen, insofern das dann aktuell wieder möglich ist. Ansonsten sage ich, danke, dass ihr eingeschaltet habt, empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!